Yo Leute, Bodes wieder am Start und wir spielen heute das beliebte Quiz Perk Waffe Map und das hat Marcel ja auf seinem Scroping Place Kanal schon zweimal hochgeladen, auch einmal mit mir und wir dachten uns einfach, weil Sreezy heute mit am Start ist, stelle ich mal kurz vor dir, machen wir das Ganze jetzt auch einfach mal in Real Life so, das hatte ich mir sowieso schon lange mal vorgenommen und ja, das Prinzip ist ganz einfach, wir werden in Call of Duty quasi, ich erkläre es nochmal neu, das ist quasi das Prinzip von Stadt, Land, Fluss und wir machen uns aber das Ganze auf Call of Duty umgewälzt, so, also wir versuchen dann einen Perk, eine Waffe und eine Map aufzuschreiben und wir haben als Ausweichoption auch die Streak, also Killstreak, Scorestreak und so weiter aus den CODs und wenn man drei davon aufgeschrieben hat, wir schreiben das hier auf unsere Handys auf, der hat dann quasi, kann dann Stopp sagen und dann hat er die Runde gewonnen, beziehungsweise wenn er halt alle drei Sachen richtig gemacht hat, so ne, und wir machen das Ganze ungefähr bis fünf, so, wer die fünf Siege davon geholt hat, ne, der ist dann quasi der Champion auf Perk, Waffe, Map, das beste Quiz aller Zeiten, so, viel Spaß in dem Video, let's go! Ja, okay, nur in BO2 und BO3 halt, ne, Dinger, hä, alles, was einem einfällt, ja, okay, wenn du nur die beiden gespielt hast, Digga, ja, sorry, ja, okay, wer fängt an, also, ich muss, genau, ich muss jetzt A sagen, dann musst du Stopp sagen, ne, okay, ja, machen wir einfach, okay, A, Stopp, P, let's go, mach du Scheiße, flinke Hände, ich weiß es nicht, Digga, wir müssen natürlich, sehr leise, ich weiß es, ja, zwei hab ich schon, ich hab auch schon zwei, mir fällt, ja, Dinger, Stopp, Alter, mir fällt keine Scheiß Map ein, ja, soll ich noch ne Streak überlegen, oder, ne, egal, ich hab sogar alles aus BO2 und BO3, Digga, ich hab alles aus BO3, aber mir fällt ein, ich hab, also Perkert, Plünderer, hab ich auch, dann Waffe, Faro, ich hab P06, ich denk nie an die P06, hab ich bei Marcel auch ne, ja, ich weiß, hab ich, dann Web, Plaza, oh man, das ist BO2, ja, ich weiß es, in der ersten Runde geht an mich, nice, 1 zu 0, so, jetzt muss ich, ja, seht ihr eigentlich gerade dieses 1 zu 0 richtig nice eingeblendet, ich hoffe, ich hab's hingekriegt, so, jetzt musst du A sagen, ich sag Stopp, A, Stopp, F, okay, alles mit F, let's go, äh, oh Gott, sehr leise, nein, ich rede, Digga, muss nicht irritieren, Waffe, äh, das ist natürlich ganz easy, ich hab eine, und, ich hab's, nein, ich hab nur 2, ich weiß nicht, ob das ne Map ist, Digga, dann überleg mal kurz, äh, ich hab 3, ey, Mann, ich hab immer, ich fand's ja mal anders, dann lass jetzt einfach so, wir haben beide 3, vielleicht ist ja richtig auch, ja, ich weiß nicht, ob das ne Fallout, gibt's die Map, es gibt ein Spiel, das heißt, ich weiß, aber ich glaub, gab's die Map mal, irgendwas, ey, lass uns kurz mal nachgucken, ich weiß es nicht, jetzt, was es jetzt nicht gibt, Digga, dann hast du auch so den Punkt, weil, welchen mehr hast du? Äh, Favela, Alter, schein's nicht zu geben, aber wir müssen die anderen noch vergleichen, also Perk hast du was? Ähm, Perk, Flink Handle, ja, ich auch, ja, Waffe hab ich nicht, Waffe hab ich Farmers, nein, Waffe hatte ich FAL, okay, ja, auch gut, und Streetcats aber keine, ne? Nein, nein, das fällt einem auch so schwer, dass irgendwie, dass man das so in der Zeitung guckt, ne? Ja, weil man halt so unter Zeitdruck ist, ja, man muss ja das Gefühl in unter 10 Sekunden schaffen, ne? Ja, also 2 zu 0, stopp, L, okay, let's go, Alter, nein, ich hab schon was, boah, ich hoffe, das ist ein Perk, Alter, scheiße, fag sehr leise, Mann, Waffe mit L, hab ich L, nein, ah, ich hab auch, aber mir fällt wieder keine Map ein, äh, ich hab's, nein, ich hab's, nein, von Leichtgewicht, ja, hab ich auch, Elsa, LK, und Lockdown, Alter, ich hab die, ich weiß nicht, wie die aufgebaut ist, wie die aussieht, ich hab auch nur so gerade im Kopf, nur siehst mir aus irgend so einem Gameplay eigentlich, Love Lockdown von Kanye West fällt mir da zurecht, ja, Love Lockdown, da ist schon als Streetcats, oh Mann, Digga, ich hab die Berk noch nie gezockt, aber sie ist mir irgendwie eingefallen, und welches COD, ist es unter Black Ops, ich weiß nicht, MV3 kann auch sein, ich hab keine Ahnung, 2, MV3, keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ja, 2 zu 1, ne? Aber gibt's eine Streetcats mit L? Man muss halt echt so schnell überlegen, Digga, das ist so schwer, ne, okay, stopp, N, N, okay, Scheiße, Digga, mir auch Null, es gibt nichts, Digga, Leute, ihr müsst natürlich mitmachen, ne, schreibt mir in die Kommentare, wie was mit N habt oder schneller hat als wir. Was fängt ihr mit N bitte an? Welche Map? Ich bin so leicht, dass du auch gerade keine Ahnung hast, Marcel wäre wahrscheinlich gar schon so, ja, ich hab noch mal für den NoobTube, ey. Mir fällt wirklich nichts an, Digga, NK5 gibt's nicht. Ich wollte das KN sagen, Digga, aber es gibt NN94? Nein, es gibt wirklich nichts mit N, es gibt nichts, Jungs, schreibt das mal bitte in die Kommentare, Alter. Mir fällt wirklich Null ein mit N, nicht mal ne Map. Digga, Nuketown. Ey, wir sind so dumm. Nuketown. Alter, Mann. Aber wenn wir keine 3 Folgen, dann zählt sein, Digga. Ja, das zählt nicht. Ja, das zählt nicht. Wir werden niemals 3 Folgen kriegen, okay. Ja, okay, dann, ähm, versuch also immer noch 2 N für dich. Mach du nochmal einfach. A. Stopp. G. G. Also Waffe habe ich? Oh, ne Map, Alter. Keine Ahnung. Ich habe auch ne Waffe. Ich hab's. Stopp. Laber nicht 3. Ich weiß nicht, ob es die Map wieder gibt. Ich glaube, ich hab's die wieder erfunden. Borgon. Ja, hab ich auch. Geist. Scheiße. Ground Town. Was? Ground Town. Äh, äh, aus MW3 gibt's irgendwas mit Town, Digga, aber ich weiß es nicht. Ground Town, das ist, glaube ich, falsch. Mann. Also ich glaube, wieder niemand hat den Punkt, oder? Oder wir überlegen jetzt weiter bis... Ja, komm. Hattest du Geist auch? Ne, Digga. Aber ich hatte schon mal's vorgesagt. Also wenn mir jetzt noch das einfällt, dann hab ich gewonnen, Digga. Also ich brauch noch ne Map. Hast du nen Perk? Mhm. Achso, ja, ich hab eins genommen, aber... Ich hab doch gar kein Perk gesagt. Ja, dann, äh... Was fehlt dir denn jetzt? Ja, pass auch, Digga. Vielleicht fehlen mir noch 2 Sachen. Ja, Digga, was bleibt. Aber ne Map, es muss ne Map geben. Ist Downtown nicht die MW3-Map, wie du meintest? Ich glaub, das können sein. Boah, wir sind solche Noobs, ne? Ich hab halt so rum, weißt du, ich hab die Streak gehabt und dann hatte ich auch das Perk. Oh, Ghost, Alter. Ja, auch Geist. Keiner hat 3 geschafft dann. Ja, oder beide bekommen den Punkt. Okay, sagen wir jetzt beide den Punkt. Okay, also 3 zu 2. Stopp. T. Alter. Das ist übel schwer. Ich sag jetzt schon, ich schaff keine 3. Transformer, über was denk ich dir grad nach, Mann? Lass nochmal rein. Ja, okay. Lass einfach S nehmen. Ja, okay, fang an. A. Stopp. E. E ist eigentlich so leicht. Was hast du eigentlich? Wie? Welche? Also, ich mein von den 4en, was hast du? Tja, wer weiß, Digga. Wer weiß. Ich verrate nicht, was ich hab. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich gleich 3 voll hab. Ja, ich hab auch so nichts voll. Ich hab nur eins. Eine Karte mit E. Eine Karte mit E. Komm. Ich bin durch, Digga. Ja. Sorry. Ich hab Perk, Extrembedingungen. Oh, was ist los mit mir? EMP als Streak. Ey, ich hab nur an die EMP-Granate gedacht. Oder Energiekern. Wär genauso. Ja. Und Map Evac. Ja, Evac hatte ich auch direkt. Tja, verdammt, ne? 4 zu 2. Da steht 4 zu 2. Du hast Matchball auf jeden Fall. Matchpoint. Stopp. Haar. Ich hab schon 2. Ich auch. Mann. Eins noch. Hubschrauber. Der Hubschrauber. Warte, 4 T hatte ich Tarnhelikopter. Aber jetzt fehlt's. Schade, Digga. Schade. Ja. Mir fällt das letzte nicht ein. Hubschrauber beim Start, Digga. Nein. Haar, schnell, schnell. Nein, komm. Ich weiß. Nein. Ja, ich hab's gleich, Digga. Ich hab's gleich. Nein. Mann, wir fehlen die Schatz. Ich hab's. Wir fehlen die schwersten Sachen, Digga. Ich weiß nicht, ob ich genau die halt schon mal hatte. Ich versuche nur das vierte zu machen. Was fehlt denn dir noch? Ähm, Perk. Also wenn ich Perk noch jetzt schaffe, dann hab ich auf jeden Fall gewonnen. Ja. Aber eigentlich hab ich ja gewonnen, weil ich die drei als erste hatte. Ja. Komm, ich geb auf, dass sie das wieder gewonnen. Ja? Ja. Nice. Ja, Digga. Mach mal Nudelsalat, oder? Wo waren wir stehen geblieben? Vorlesen. Vorlesen? Dann lies doch mal vor, was er so öffnet. Ah, okay. Ich hatte Hunted, die Hamr. Ich hab Hunted und die HVK. Ah, okay. Und dann hab ich halt noch Hellstorm, ne? Oder Hunter Killer, oder Hundestaffel, wie du isst. Ja. Was hast du noch? Ja, vieres haben wir doch nicht. Ach so, Perk hast du nicht? Ja, stimmt. Du doch auch nicht. Ja, stimmt. Aber ich hatte als erster die drei, deswegen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also Leute, ich hab gewonnen. Jawoll. In dem Sinne, Leute, checkt auf jeden Fall dann gerne auch übermorgen wahrscheinlich, oder morgen, ich weiß noch nicht genau, den Blog ab. Und gerne das letzte Video. Schaut bei Sweezy vorbei, alles in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. Ja. Dann könnt ihr natürlich gerne auch einfach jetzt dann noch ein weiteres Video gucken, oder? Ja, auf jeden Fall. Also in dem Sinne, haut rein Leute, hat noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.